Ich habe wieder eine Predigt für mich geschrieben. Ich habe wieder eine Predigt für mich geschrieben. Das ist, wenn man so die Aufgabe hat, eine Predigt vorzubereiten. Wenn man die Aufgabe hat, eine Predigt vorzubereiten, denkt man darüber nach, worüber man sprechen soll. Dann habe ich mir gedacht, worüber ich sage. Und man forscht so nach in der Bibel. Und man guckt auch ins Internet. Hört sich andere Predigten an. Aber ich glaube, dass man sehr oft auf den Themen bleibt. Die für einen selbst gerade aktuell sind. Weil ich glaube, dass man nur über das ernsthaft sprechen kann. Was einen auch selbst betrifft. Deshalb habe ich eine Predigt für mich geschrieben. Also, wenn ihr nicht einverstanden seid. Und ihr braucht es nicht. Und вам diese Predigt nicht braucht. Ich brauche das. Мне она braucht. Und beim Forschen in der Bibel. Und wenn ich in der Bibel schaute, habe ich auch noch mal was festgestellt. Ich habe auch noch mal was festgestellt. Wir haben heute so viele Möglichkeiten, an das Wort Gottes zu kommen. Und wir nutzen diese Möglichkeiten auch. Und wir nutzen diese Möglichkeiten auch. Wir schauen uns wahnsinnig viele Predigten im Internet an. Und schicken uns das auch gegenseitig zu, wenn uns was gefallen hat. Und ich glaube, das ist gut. Das ist was Gutes. Aber es ersetzt nicht die Arbeit mit der Bibel. Aber es ist eine Sache, die Bibel zu lesen. Aber es ist eine andere Geschichte, in der Bibel zu studieren. Aber es ist eine andere Geschichte, in der Bibel zu studieren. Wenn wir in der Bibel studieren. Wenn wir in der Bibel studieren, und wir in der Bibel studieren, dann ist das Zeit mit Gott. Dann ist das Zeit mit Gott. Wertvolle Zeit mit Gott. Очень важное время mit Gott. Weil wir können nicht in der Bibel studieren. Потому что wir nicht in der Bibel studieren. Ohne dass wir eigentlich permanent in Kontakt sind mit Gott. Bez этого контакta, постоянного быть mit Gott. Gott, wie hast du das gemeint? Das hört sich komisch an. Das hier verstehe ich nicht so richtig. Das verstehe ich nicht so richtig. Das verstehe ich nicht so richtig. Und Jesus ist bei uns. Und Jesus ist bei uns. Es steht geschrieben. Das Wort war, ist Fleisch geworden und wohnte unter uns. Das Wort war, ist Fleisch geworden und wohnte unter uns. Jesus ist das Wort. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort. Und wenn wir die Bibel studieren, dann sitzen wir mit Jesus zusammen. Das ist durch nichts zu ersetzen. Und es ist nichts zu verwendet. Egal wie gut die Predigten sind. Alles ist das, was wir einfach nur so in der Bibel lesen. Und alles ist das, was wir einfach nur so in der Bibel lesen. Wenn wir in der Bibel studieren, dann ist das viel wertvoller. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann gebe ich dir den Tipp. Ich möchte dir einen Tipp. Bereite mal selbst eine Predigt vor. Es geht nicht darum, sie hier vorne zu predigen. Sondern such dir ein Thema aus, was dich interessiert. Worüber du mehr wissen möchtest. Und dann setz dich hin. Hör dir keine Predigt darüber an. Sondern schreib dir die Predigt selbst. Such im Wort. Bete. Möle dich. Frage. Spрашивай. Und bereite dieses Thema für dich vor. Wir haben keine Vorstellung, was das in uns bewirkt. Wir haben keine Vorstellung, was das in uns bewirkt. Eine Predigt im Internet hören. Propofyde, слышit in der Internet. Das ist wie Fastfood. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Aber kennt ihr das auch? Wenn man zu McDonalds geht. Und isst dort. Und nach einer Stunde hast du wieder Hunger. Und nach einer Stunde hast du wieder Hunger. Stimmt's? Es sättigt nicht so. Es sättigt nicht so. Aber ich sage dir, wenn du eine Predigt selber vorbereitest. Aber wenn du eine Predigt selbst vorbereitest. Dann wirst du satt. Dann kriegst du höchst Hunger auf was anderes noch. Du bekommst Hunger auf mehr nach Jesus. Hunger auf mehr nach Jesus. Amen. Amen. Okay. Ich möchte heute anfangen mit Jeremia 1, 4 bis 7. Ich möchte heute anfangen mit Jeremia 1, 4 bis 7. Und das Wort Jahwe, es geschah zu mir also. Ehe ich dich in Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten an die Nationen habe ich dich bestellt. Und ich sprach, ach Herr Jahwe, sieh, ich weiß nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Ich glaube, eigentlich kennen wir alle diese Bibelstelle. Ich glaube sowieso, dass es nicht möglich ist, noch etwas Neues zu predigen. Und ich glaube, dass es nicht möglich ist, noch etwas Neues zu predigen. Es ist nur möglich, etwas von einer anderen Seite vielleicht zu zeigen. Es ist nur möglich, etwas von einer anderen Seite vielleicht zu zeigen. Aber stell mir das vor. Ich представляю. Gott sagt, ich habe dich schon gekannt, bevor ich dich in deinem Mutterleib gemacht habe. Das ist Wahnsinn, oder? Er hatte uns schon im Kopf. Er hatte uns schon im Kopf. Bevor unsere Eltern überhaupt darüber nachgedacht haben. Bevor er uns geschaffen hatte. Er hatte uns schon eine Vorstellung von uns. Er hat uns schon eine Vorstellung. Ja? Mir gefällt das. Mir ist es sehr interessiert. Wir sind nicht auf die Welt gekommen. Ups, jetzt ist die Ilse da. Was mache ich jetzt mit ihr? Ups, Ilse ist da. Was mache ich jetzt mit ihm? Ups, jetzt ist der Sergej da. Was mache ich jetzt mit dem? Ups, Sergej ist da. Was mache ich jetzt mit ihm? Oder jeden Einzelnen von uns. Oder jemand anderes von uns. Nein, er hatte einen Gedanken. Er hat gedacht über mich. Er hat gedacht, ich könnte so jemanden machen, der das und das und so und so. Er hat mich genauso gemacht, wie er mich haben wollte. Er hat dich genauso gemacht, wie er dich haben wollte. Wir sehen immer so viele Fehler in uns. Wir sind genauso, wie Gott uns haben wollte. Ist das nicht wunderbar? Es steht geschrieben. In Epheser 2.10 Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf das wir in ihnen wandeln sollen. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, Früher, dass er nicht zuerst mit uns angefangen hat. Sondern er hat zuerst die Werke gesehen. Und hat uns dann dazu geschaffen, diese Werke zu tun. Gute Werke. Wunderbare Werke. Bestimmt? Er hat erst gedacht, was möchte ich für Werke? Was möchte ich, dass getan wird auf dieser Welt? Ja, dafür muss ich mir jemanden machen. Dafür suche ich mir jetzt den Eduard aus. Ja, das möchte ich haben. Ich habe drüber nachgedacht, zwar fand es lustig, wenn wir irgendetwas machen, wenn wir irgendetwas machen, irgendetwas produzieren, dann macht sich ja jemand Gedanken, dann wir размышляем, wozu ist denn das? Wozu brauche ich das? Для чего мне das? Ja, ganz einfach, ich habe hier etwas mitgebracht. Вот einfach, ich habe hier etwas mitgebracht. Eierschneider. Ja, das ist ja ich. Jemand hat gedacht, dass es doof ist. Кто-то думал, dass es doof ist. Wenn wir die Eier immer von Hand schneiden müssen. Wenn wir die Eier immer von Hand schneiden müssen. Die werden nicht schön. Они некрасиво тогда разрезаны. Nicht gleichmäßig. Nicht равномерно. Und wenn du es von Hand schneidest, fällt er dort immer raus, stimmt's? Da hat jemand gedacht, machen wir das doch so. Und кто-то придумал und подумал, вот так вот можно сделать. Legen das Ei rein. Jäичко мы ложим сюда. Zack. Wunderbare Eierschreifen. Zack. Und все. Jäичко разрезано. Deshalb wurde das Ding so gemacht. Und deswegen diese вещь вот так wurde сделано. Jetzt braucht man nicht jeder Streifen. Ein anderer will Ecken haben. Кто-то хочет не полосочки, а уголками. Ja. Kann man doch gleich mit einbauen. Machen wir Ecken. Можно в ту же самую Konstrukцию это тоже вместить и сделать уголками. Oder du willst sie ganz klein haben, vielleicht für einen Salat. Или ты можешь совсем мелко для Salата machst du beides. Ecken, die du in Scheiben schneidest. уголками и полосочками и они будут мелко. Jemand hat sich Gedanken gemacht. Кто-то размышлял над этой штукой. Und hat das dann entwickelt. И ее сделал. Damit wir es gebrauchen können. Для того, чтобы мы могли ее употреблять. Und das musste genau so aussehen. И она должна была именно вот так выглядеть. Damit es seine Aufgabe erfüllen kann. Чтобы она могла свою функцию исполнять. Und so ist das auch mit Gott. И так же это и с Богом. Er hat uns gemacht. für eine Aufgabe. Для определенных дел. Не просто так. Hat nicht irgendwas gemacht und dann geguckt, wofür kann man es dann gebrauchen. Не так, что он создал, а потом думал, для чего это можно использовать. Sondern hat es genau so gemacht. Но сделал именно так. Damit wir so gebrauchen sind. Чтобы мы были так использованы. Für die Arbeit, die er schon vorbereitet hat. для дел, которые он уже приготовил для нас. Und was machen wir? Wir sind auch nicht besser als Jeremia. Er hat gesagt, ich bin zu jung. Moses, was hat er gesagt? Что сказал Moisey? Ich kann nicht reden, genau. Was hat Gott Moses geantwortet darauf? Wisst ihr das? wer hat dir den Mund gemacht? Wisst ihr, was wir tun, wenn wir sagen, ich kann das nicht? Ich kann nicht gut reden. Ich bin zu alt. Ich bin zu klein. Ich bin zu klein. Was tun wir dann? Wir sagen dann, Gott, du hast mich falsch gemacht. Wir kritisieren seine Arbeit. Er hat uns nicht falsch gemacht. Er hat uns so gemacht, wie er uns braucht. Und er hat uns so gemacht, dass wir unsere Aufgabe erfüllen können. Gott macht keine halben Sachen. Alles, was Gott macht, ist perfekt. Mir hat gefallen. Ich habe noch mal die Schöpfungsgeschichte gelesen. Und jeden Tag hat Gott gesagt, abends, und sah, dass es gut war. Wenn Gott sagt, es ist gut, wer sind wir, dass wir sagen, wir sind nicht gut. Und damit meine ich nicht, dass wir nicht gut sind, sondern dass wir nicht gut gemacht sind. Und ist euch schon aufgefallen, am sechsten Tag, als er uns Menschen geschaffen hat, da war es nicht gut. Da hat er gesagt, es ist sehr gut. Wir sind nicht nur gut gemacht, wir sind sehr gut gemacht, wir sind sehr gut gemacht, wir sehr gut gemacht. Jetzt kannst du sagen, und ich sage das manchmal auch, ich habe beim Schreiben der Predigt gelernt, dass ich das nicht mehr tue, schmacken, so wirklich schlimm bin ich. Und Gott, warum hat er mich so klein gemacht? Ich kann kaum hier über die Dings rüber gucken. warum kann ich nicht ein bisschen größer sein? Warum ist das so? Warum habe ich krumme Beine? Die Leute lachen über mich. Warum rede ich so viel? Oder warum fällt es mir so schwer zu reden? Es ist alles in Ordnung. Du bist perfekt. Und ich sage dir, es ist perfekt, dass wir nicht perfekt sind. Es ist perfekt, dass wir nicht perfekt sind. Gott hat das extra so gemacht. Und das ist perfekt, dass wir nicht perfekt sind. Das ist perfekt. nicht совершen. Stell dir vor, ich wäre perfekt. Ich wäre perfekt. Was für eine Katastrophe. Was für eine Katastrophe. Ich würde die Nase was weiß ich wie hoch tragen. Ich würde auf alle runter sehen. Arrogant und stolz wäre ich. arrogant und glaube ich wäre nicht die Einzige. Und wenn wir perfekt wären, könnten wir doch gar nicht zu Gott kommen. Wozu brauchen wir dann noch Jesus? Auch der perfekt Mensch sündigt. Aber ich würde mich für so perfekt halten, dass ich das gar nicht erkenne. Und das ist ja auch oft heute das Problem. Wenn du mit jemandem sprichst, über Jesus, über Gott, wohin er geht, wenn seine Zeit hier abgelaufen ist, kein Problem. Ich habe mir nichts Böses getan. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ich klaue nicht. Ich bin ein guter Mensch. Ich komme in Himmel. Sie sehen nicht, wie unperfekt sie sind. Und ich danke Gott, dass ich es erkennen durfte. Und ich danke Gott, dass er mich nicht perfekt gemacht hat. Und nicht nur wie er uns geschaffen hat, ist perfekt. Es ist auch perfekt, was wir in unserem Leben so erlebt haben. Wir denken manchmal, was wir für schlechtes Leben gehabt haben. Was wir für schlimme Dinge erlebt haben. Aber auch was wir für gute Dinge erlebt haben. Alles. Aber diese Dinge sind die, die uns geformt haben. Aber das die Dinge die form haben. Unser Leben ist nicht nur unser Körper. Unser Leben ist nicht nur unser Körper. unser Leben ist noch mehr unser Charakter. Naja жизнь ist unser Charakter. Und Charakter ist das durch diese Dinge geprägt wird. Charakter ist das 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 ist so wie wir erzogen wurden. Was wir als Kinder erlebt haben. Was wir in unserer Teenager Zeit erlebt haben. Schlechtes und Gutes vielleicht hat dich dein Mann verlassen oder deine Frau und Gott hat es zugelassen. Und du fragst dich warum. Und du spragst warum. Aber Gott hat es bewusst zugelassen. Weil es etwas in dir bewirkt. Weil es in mir bewirkt. Es etwas etwas Formt. Es nos formt. Und egal wie schlimm es ist, was dir passiert ist. Es führt immer zum Guten. Was mal Römer 8 28. 28. Wir wissen Bedingung Bedingung nur dass wir Gott lieben. Solange wir Gott lieben Gebt uns alles zum Guten. Alles. 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 Eine schwere Kindheit. Tяжelle детство. Eine leichte Kindheit. Oder легкое Kindheit. Wir haben schon gelernt dass leichte Kindheit manchmal schwerer sein kann als schwere Kindheit. Und wir знаем dass leichte Kindheit manchmal schwerer sein kann als eine schwere Ehe. Oder gar keine Ehe. Oder вообще никакого Bracka. Alles dient uns zum Guten. Alles содействует нам ke благu. Unser Partner hat uns verlassen. Nach Partner нас оставил. Oder er ist gestorben. Oder er ist Es dient uns alles zum Guten. Alles содействует ke благu. In dem Moment können wir das oft nicht sehen. Aber hinterher werden wir sehen. Und ich glaube bei manchen Sachen noch nicht hier auf der Erde. Sondern erst im Himmel. Weil wir nicht wissen wie wir geworden wären, wenn uns diese Dinge nicht passieren. Wir können das ja nicht wissen. Wir können das hier wissen. Wo ich mich hin bewegt hätte, wenn mein Mann nicht gestorben wäre. Ich kann nicht wissen, wie einer von uns wäre, wo er gelandet wäre, wenn er nicht von seinem Partner verlassen worden wäre. Wir wissen nicht, wo jemand gelandet wäre, wenn vielleicht das Kind nicht gestorben wäre. Wir nicht wissen, wo wir fühlten würden, wenn ребен nicht sterben. Wir Dinge wir wissen. Wenn wir bei Jesus sind. Deswegen können wir auch schon hier danke sagen für alles. Wir hier können sagen спасибо für alles. Was uns passiert? Wenn wir Gott lieben, Geht es uns zum Guten. Wenn wir Gott lieben, Geht es uns zum Guten. Aber wozu das alles? Wozu? Wozu hat Gott uns geschaffen? Wozu das hier ist, wissen wir jetzt alle. Aber wozu sind wir geschaffen? Wer hat eine Idee? Wozu sind wir geschaffen? Für gute Werke, die Gott für uns vorbereitet hat. Aber wozu dienen die guten Werke? Aber wozu diese gute Ideen? Um Gott zu verherrlichen. Auch? Auch. Sein Willen zu erfüllen. Was ist sein Wille? Was ist sein Wille? Frucht zu bringen. Blut zu bringen. Genau. Sein Wille ist, dass wir fruchtbar sind. Его Wille, dass wir fruchtbar sind. Das ist das, wozu wir da sind. Das ist das, wozu wir leben. Das ist der Grund, warum Jesus uns geschaffen hat. Wir sollen frucht bringen. Zu seiner Ehre. Для Его Slaven. Es soll uns nicht genug sein, dass wir mit Gott sind. Wir sind geschaffen, frucht zu bringen. In Johannes 15, 1, 2. Iana 15, 1, 2. Sagt Jesus. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, auf dass sie mehr Frucht bringt. Hier sehen wir, dass Fruchtbring das Ziel ist. Denn steht geschrieben, wenn wir keine Frucht bringen, dann werden wir wegschmissen. Dann werden wir wegschmissen. Dann wird es abgeschnitten. Und ins Feuer geworfen. An so einem Weinstock. Na so einem Winogradnike. Gibt es immer viele Ranken, Reben. Es gibt viele Triebe. Ja, viele Triebe. Und wenn man die so anschaut, dann sieht man schon, die wird nie tragen. Und jedes Jahr im Januar werden dann alle Triebe abgeschnitten, die nicht tragen werden. Und es bleiben meistens nur zwei, drei, vier übrig. Und die werden noch ein bisschen kürzer geschnitten. Und die werden noch ein bisschen kürzer geschnitten. Und dann werden sie festgebunden. Weil wenn man sie kürzer schneidet, bringen sie mehr Frucht. Und größere Frucht. Und gesündere Frucht. Das ist unser Ziel. Das ist der Zweck, wofür wir hier sind. Wir sind dazu da, fruchtbar zu sein. Das ist unsere Bestimmung. Es ist nicht Sinn des Lebens. Es ist nicht Sinn des Lebens. Hier auf der Erde rumzulaufen. Hier auf der Erde rumzulaufen. Hier auf der Erde rumzulaufen. Vielleicht bekehren wir uns, damit wir später ein schönes Leben haben. Und dass wir hier rumlaufen. Und Gott bitten, segne uns. Und dass wir hier rumlaufen, auf dieser Erde, und wir prosen, dass Gott uns glücklich ist. Segne uns mit diesem. Segne uns mit jenem. Blige uns mit diesem. Oh, Papa, gib mir eine gute Arbeit. Papa, gib mir eine gute Arbeit. Am liebsten würde ich sogar ein Lotto gewinnen, damit ich nicht arbeiten muss und trotzdem viel Geld habe. Ich würde, vielleicht, in Lotto gewinnen, damit ich nicht arbeiten muss und trotzdem viel Geld habe. Papa, gib mir Gesundheit. Otec, gib mir ein schönen Urlaub. Nein, das ist nicht Sinn und Zweck. Nein, das ist nicht Sinn und Zweck. Gott hat nichts dagegen, uns zu segnen. Er möchte uns segnen. Er möchte, dass es uns gut geht. Er möchte, dass wir eine gute Arbeit haben. Er hat auch nichts gegen einen schönen Urlaub. Er möchte, dass wir uns erholen können und noch mal neue Kräfte sammeln. Er möchte, dass wir gesunde Kinder haben. Er möchte, dass wir uns selbst gesund sind und selbst gesund sind. Und dass wir uns selbst gesund sind sind. Aber das ist nicht Ziel des Ganzen. Aber das ist nicht Ziel des Ganzen. Ziel ist, dass wir von unserer Errettung weitergeben. Dass wir weitergeben, was wir von Jesus bekommen haben. Dass wir das verbreiten. Dass wir das verbreiten. Ja, wir sind nicht alle Evangelisten. Wir sind nicht alle Evangelisten. Nicht jeder ist ein Evangelist. Es ist ganz biblisch. Es gibt verschiedene Dienste. Es gibt verschiedene Dienste. Aber wir alle sollen Zeugen sein. Wir alle sollen Zeugen sein. Wir alle sollen Zeugen sein. Das heißt, wir sollen Zeugnis geben von dem, was Gott an uns getan hat. Wir sollen Zeugen sein, was Gott an uns getan hat. Und das können wir alle. Und wir können das alle. Denn weil es unsere Bestimmung ist. Потому, что это наше предназначение. Hat uns Gott so geschaffen, dass wir das können. Gott hat die Voraussetzungen geschaffen. Gott hat uns so geschaffen, dass wir das können. Gott hat uns so geschaffen, dass wir das können. Er hat uns so gemacht, dass wir dazu in der Lage sind, Zeugnis zu geben. Er hat uns so geschaffen, dass wir uns so geschaffen, ob wir gut reden können oder schlecht sprechen können. Хорошо ли wir красиво можем говорить oder nicht. Ob wir Deutsch reden oder Russisch. Разговариваем wir на Russisch oder in der Niematschung. Oder irgendeine andere Sprache. Oder другой языk. Egal, ob wir stottern oder nicht stottern. Wenn wir stottern, dann hat das Gott für richtig so empfunden. Значит, Gott es so richtig sieht. Vielleicht müssen andere das Evangelium auch hören, die stottern. Vielleicht müssen andere das Evangelium auch hören, die stottern. Oder andere sehen, dass wir uns von solchen Dingen nicht unterkriegen lassen. Oder sehen, dass wir trotzdem dem Befehl Gottes gehorchen. Ich finde es so erstaunlich. Und ich sehe es so. Wer kennt Nik Mujicic? Wer kennt Nik Mujicic? Ich finde es Wahnsinn, dieser Mann. Ein Mann, keine Arme. Ein Mann, ohne Rücken. Keine Beine. An einem Oberschenkel. Kleiner Fuß. Er nennt das immer sein Hühnerbein. Aber er predigt das Evangelium in die ganze Welt. Millionen haben sich schon bekehrt. Durch seinen Dienst. Und schon Millionen Menschen durch seine служen. Er hat sich nicht unterkriegen lassen. Er hat sich nicht unterkriegen lassen. Und er sagt auch von sich. Und er sagt auch von sich. Ich bin perfekt, so wie ich bin. Ich bin perfekt, so wie ich bin. Gott wollte mich so haben. Gott wollte mich so haben. Und gerade durch seinen Dienst. Und eben durch seine служen. Kommen Menschen zum Glauben. Leute kommen zum Glauben. Leute kommen zum Glauben. Die sich selbst minderwertig fühlen. Die glauben, sie könnten niemals gut genug sein für Gott. Und dann sehen sie jemanden. Der ganz ohne Beine und ohne Arme ist und trotzdem Gott dient. Es spielt keine Rolle. Er ist perfekt, so wie er ist. Aber wahr, es hindert uns trotzdem noch. Was hindert uns, das Evangelium zu verkünden? Was hindert uns, Zeugen zu sein? Was hindert uns? Stolz. Ich habe in der Bibel nachgeschaut. Und habe einfach so gedacht. Schau mal, was ist denn das höchste Gebot? Eigentlich weiß man die, aber ich wollte es noch mal lesen. Ich habe in der Bibel geguckt und wollte es noch mal lesen, was die wichtigste Gebot ist. Matthäus 22. Matthäus 22. 36 bis 40. Jesus wird gefragt. Jesus fragt. Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er sprach zu ihm. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dieses ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst. Es ist das größte Gebot. Es ist das größte Gebot. Ich glaube, das ist der Haken, diese zwei Geburten, diese zwei Liebe, ich glaube einfach, dass wir Gott nicht so lieben, wie wir ihn lieben sollen, wie zeigt sich Liebe? Wenn wir jemanden lieben, denkt darüber nach, wie das war, als ihr so verliebt wart, was kann ich für dich tun, der andere braucht fast gar nicht fragen, du möchtest alles machen, was das Leben schön macht, Du willst ihm jeden Wunsch von den Augen ablesen, oft muss er nicht mal bitten, und wir machen schon, Wenn wir sehen, er liebt dieses oder jenes, oder sie liebt das oder das, dann tun wir das, Dann müssen wir das nicht gefragt werden, Und wenn die uns fragen, Oh je, wie schnell sind wir dann? Stimmt's? Und hier mit Gott Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden Und wir reagieren gar nicht drauf Sehr oft Es ist nicht so, dass wir das Evangelium gar nicht verkünden Aber ich glaube, wenn wir Gott so lieben würden Aber wenn wir uns lieben würden, wie er uns liebt Ich denke, das ist gar nicht möglich, aber wenigstens dahin kommen Er hat uns so geliebt Als wir noch die letzten Schweine waren Entschuldigung Er hat seinen Sohn gesandt Und er musste nicht nur aus dem Himmel kommen Und seine Herrschaft ablegen Und als kleiner Mensch hier auf der Erde sein Und uns zeigen, wie Leben funktioniert Und uns zeigen, wie Liebe funktioniert Und uns zeigen, wie Gnade funktioniert Und uns zeigen, wie Gnade funktioniert Und uns zeigen, wie Gnade funktioniert Er musste auch noch unseren ganzen Mist Auf sich nehmen Er musste für jede von unseren Sünden Geschlagen werden Fürchterlich geschlagen werden Und dann musste er auf dieses Kreuz Diesen Tod sterben Diesen Tod, der nur für die schlimmsten, der schlimmsten war Diesen Kreuzes Tod, der nur für die schlimmsten Verbrecher vorbehalten war Und er hat es für uns getan Und er hat es für uns getan Wegen seiner Liebe Wegen seiner Liebe ist er diesen Weg bis zu Ende gegangen Und dann das zweite Gebot Und dann das zweite Gebot Ich habe das auch schon gesagt Ich habe das auch schon gesagt Man plappert das so nach Man plappert das so nach Und glaubt das dann auch Aber ich glaube das nicht mehr Ich glaube, dass wir unseren Nächsten lieben sollen Und dass wir sie nicht lieben Das liegt nicht daran, dass wir uns selbst nicht lieben Und dass wir sie nicht lieben Das Gegenteil ist der Fall Das ist auf der anderen Seite Machst du mal 2. Timotheus? 2. Timotheus Dies ist aber Wisse Dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sein werden Denn die Menschen werden eigenliebig sein Geldliebend, pralerisch, hochmütig, lästerer Den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe Unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend Und wenn wir weiterlesen Dann steht da geschrieben Sie haben einen Schein der Frömmigkeit Aber gehen diesen Weg nicht, so ungefähr Das heißt, Paulus schreibt hier nicht über die Ungläubigen Er schreibt über die Gläubigen Und all das ist eine Folge davon Dass wir uns selbst zu viel lieben Und andere nicht lieben Und wenn wir uns umschauen Genau das ist das Problem Wenn wir unseren Nächsten so lieben würden, wie wir uns selbst lieben Dann wäre es uns egal, was er über uns denkt Wir geben kein Zeugnis Wir geben kein Zeugnis Wir haben ihn aus der Hand des Teufels zu ziehen Aber was können wir tun? Können wir die Liebe einfach so produzieren? Können wir die Liebe einfach so produzieren? Jakobus 1.5 Jakob 1.5 Jakob 1.5 Das gilt für die Liebe Das gilt für die Liebe und alle anderen Gaben ganz genau so Wir wollen das ändern Was wir nicht selbst ändern können Das müssen wir von Gott bitten Wir müssen von Gott bitten Eine Bibelstelle Und dann gibt es noch ein Filipp Philippa 1.6 Oh, das ist irgendwie komisch Also ich habe hier stehen Und ich bin darin guter Zuversicht Dass der in euch angefangen hat das gute Werk Wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Gut hat das Werk angefangen Angefangen uns zu erschaffen Und so zu machen Dass wir das erfüllen können Was er für uns will In unserem Leben die Dinge zugelassen Die uns noch weiter formen Und vor allen Dingen zu sich gezogen Denn es steht geschrieben Dass niemand zu Gott kommen kann Ohne dass Gott ihn zieht Er hat uns zu sich gezogen Und er ist es Der das Werk vollendet Er vollendet das Werk Da können wir ganz zuversichtlich sein Aber wir müssen bereit sein Wir müssen die Entscheidung treffen Dass wir diese Liebe haben wollen Wir müssen uns entscheiden Dass wir diese Wege gehen wollen Dass wir nicht länger laut warm sein wollen Dass wir nicht länger laut warm sein wollen Sondern dass wir brennen wollen Im Heiligen Geist Wir müssen uns entscheiden Wir müssen uns entscheiden Christentum ist kein Spiel Wir haben eine Verantwortung Wir haben eine Verantwortung Und wenn wir fruchtlos bleiben Werden wir ins Feuer geworfen Es kann sein Es kann sein Dass ich das jetzt so Oh du trust mir Das ist Zwang Aber das ist nicht Zwang Das ist das Was geschrieben steht Und es bringt uns nicht weiter Und es wird uns weiter Wenn wir unsere Lieblingsstellen Wenn wir nur die Bibelstellen lesen Wie geschrieben steht Von unseren Ohren kitzeln Wir müssen das ganze Wort lesen Das ganze Wort ist die Wahrheit Das ganze Wort bringt uns weiter Nicht nur unsere Lieblingsstellen Und Gott sei Dank Alles ist Gnade Gott sei Dank Ist Jesus gnädig Und Gott sei Dank Schaut er auch über die Zeit der Unwissenheit oder Unentschlossenheit hinweg Wenn wir Buße tun Und gehen mit ihm weiter Und nehmen ernst, was er von uns will Dann werden wir Großes erleben Amen Ich würde noch gerne vom Lobpreis-Team das eine Lied hören Das hat mir gefallen, das passt Nach dir verzehre ich mich Ich würde dir das tun Ja, jetzt Ja Seid gesegnet Ich würde noch gerne vom Lobpreis-Team 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 Ich würde noch gerne vom Lobpreis-Team